Ich muss zu meiner Schande gestehen, das Prinzip hatte ich als Finanzbeamter noch nicht verstanden. Ich habe Steuererklärungen vor mir liegen gehabt, da hatten Leute zig Mehrfamilienhäuser und ich dachte, wow, die haben gar kein Einkommen als Finanzbeamter. Ich hatte so 2.000 Euro netto als Berufseinsteiger, da fühlt man sich gut, ja. Und da habe ich dann das Zuversteuereinkommen. Du denkst als Beamter nur in zuversteuertem Einkommen als Finanzbeamter, ja. Und da dachte ich, was sind das für arme Schlucker. Die haben viel weniger Einkommen als ich. Die große Übersicht. Steuern sparen als Immobilieninvestor. Was funktioniert wirklich, was funktioniert nicht? Was ist Quatsch? Genau, also Belege sammeln, Zinsen absetzen, Denkmalimmobilien. Es gibt ganz viele Dinge, die man so hört. Und die Frage ist, was macht wirklich Sinn? Selbstverständlich besprechen wir das mit Deutschlands besten Immobiliensteuerberater Martin Richter. Hallo Martin. Hallo. Und hallo Stefan. Hallo Marco. Ich hoffe übrigens, dass wir spektakulärere Dinge als Belege sammeln. Wir finden noch. Genau, aber das ist was, was, das ist genau für mich ein wichtiger Einstück. Wir fangen jetzt auch an mit Belege sammeln. Ja, wir nehmen ja ein paar Videos hier auf. Das ist jetzt das Zweite. Also kommen noch ein paar die nächsten Wochen. Freut euch drauf. Und hier in dem Video wollen wir eben jetzt eine Übersicht geben. Und Belege sammeln ist tatsächlich so ein Punkt, wo Leute immer sich natürlich freuen. Und das ist ja auch grundsätzlich erstmal richtig. Ich kaufe jetzt eine Immobilie und dann kann ich zum Beispiel meine Fahrten zu der Immobilie hin absetzen. Und das ist ja tatsächlich auch wirklich gut. Und jetzt deswegen fangen wir mal an auch mit ein paar Basics. Das muss ja nicht jeder gleich die VV GmbH mit Holding und Stiftung und so weiter. Sondern tatsächlich mal gucken, was ist an Basics dran und was nicht. Inklusive jetzt Denkmalimmobilien, wo viele mit Sicherheit, die nach Immobilien gucken, die Angebote bekommen, mit Hochglanzprospekten, Steuervorteile ausgerechnet bekommen. Da wollen wir ein bisschen reingehen. Also, was kann ich denn Werbungskosten absetzen? Das steht dahinter. Belege sammeln, erklär mal den Mechanismus und was man da machen kann, was nicht. Ich würde gerne noch ein bisschen einen Rahmen um die heutige Folge ziehen. Gerne. Weil meistens glauben die Leute gar nicht, was man alles absetzen kann. Und dann taucht immer die Frage auf, wo ist denn meine Einkunftserzielungsabsicht, wenn jetzt meine Werbungskosten, also die Ausgaben, die ich gegenrechnen kann, höher sind als meine Mieteinnahmen. Und ich einen steuerlichen Verlust erziele. Und jetzt will ich mal aushalten, dass die Leute hier auch wirklich mit offenen Ohren zuhören, was nämlich bei den Vermietungseinkünften gewollt ist. Ich höre noch, ich habe eine Beamtenausbildung gemacht, Finanzamt in der Fachhochschule in Meißen. Und da höre ich noch meine... Grüße Seite. Ich habe die Kurve noch gekriegt und habe die Seite noch gewechselt. Aber ich höre noch meinen Dozenten im Fach Einkommenssteuer. Da hatten wir so ein ganzes Semester nur Vermietungseinkünfte. Also Grüße gehen an Fritz Lang nach Meißen, ja. Und der hat gesagt, Vermietungseinkünfte sind chronisch defizitär. Und das ist vom Gesetzgeber so gewollt. Man kann Verluste, die bei der Vermietung entstehen, weil eben die Werbungskosten höher sind als die Mieteinnahmen, kann man mit anderen Einkünften verrechnen. Also die Steuersparnis liegt dann nicht in den Vermietungseinkünften an sich, sondern weil ich das gegen meine anderen Einkünfte als Gewerbetreibender, als Arbeitnehmer gegenrechnen kann und dort dann die Steuern wiederholen kann. Und es gibt ein Schreiben vom Bundesfinanzministerium, wo diese Einkommenserzielungsabsicht thematisiert wird. Und in diesem Schreiben steht, wer, ganz grob jetzt, wer an Dritte vermietet, der hat eine Einkommenserzielungsabsicht. Wer langfristig an Dritte vermietet, weil wir sind nicht die Samariter. Niemand geht hin und sagt, ich kaufe Wohnungen, um damit Verluste zu machen. Und es sind vier Fälle ausgenommen von dieser Annahme. Das ist, wenn ich eine Fernwohnung beispielsweise vermiete und selber nutze. Oder wenn die Immobilie ewig lange leer steht. Oder wenn ich zu günstig an nahe Angehörigen vermiete. Oder noch ein dritter Fall, wenn ich Kurzzeitvermietung anbiete, so wechselnde Gäste. Aber wenn ich nicht unter diese vier Annahmen falle, dann kann ich konsequent Vermietungsverluste machen. Und wir hatten jetzt nur eine ganz kurze Marktphase, wo es keine Zinsen gab, wo man mit Vermietung eher Gewinne gemacht hat oder eher Überschüsse. Also so im privaten Bereich, sage ich mal. Mit der Kapitalanlagewohnung. Aber wir können auch Verluste machen und die müssen steuerlich anerkannt werden. Möchtest du mal kurz zusammenfassen? Weil du gerade auch was implizit ist. Man sagt, ich brauche also eine Gewinnerzielungsabsicht. Nur dann darf ich überhaupt Werbungskosten ansetzen, die damit zu tun haben und sie gegenrechnen. Und dann ist es eben so, wenn ich jetzt ganz normal mein Gehalt habe, dann zahle ich da irgendwie Steuern drauf als Angestellter. Und plötzlich kommen aus meiner Vermietung Verluste raus, die ich dort eben dann gegenrechnen kann. Das ist natürlich toll. Schalig weniger Steuern als Privatpersonen. Steuerliche Verluste, erstmal ganz wichtig. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Jetzt sagt eben, der Beamte sind chronisch defizitär. Das ist eine blöde Idee, dann in Immobilien zu investieren, oder? Ja, also der Cashflow kann ja immer noch positiv sein. Und das ist ja die Größe, die uns dann wichtig ist. Also Cashflow am besten positiv, steuerlich im Idealfall Verlust. Ja. Und tatsächlich hast du gerade einen wichtigen Unterschied gemacht. Der wird auch sicherlich gleich nochmal Thema in der Folge. Du hast es so ein bisschen der Kapitalanleger genannt. Oder sagen wir mal, der Kapitalanleger, der sich auch gar nicht mit dem Thema beschäftigt, der womöglich noch nicht mal den Immocation-Podcast hört. Das wäre eigentlich schon krass. Gibt es die? Gibt es die noch? Ja, genau. Nee, tatsächlich gibt es die ja sehr, sehr viel. Ich denke an das Ende der Nahrungskette. Zum Beispiel große Strukturvertriebe, die dich ganzheitlich zur Vermögensberatung holen und dann sagen, da gehört auch noch eine Immobilie rein. Der 3%er in Chemnitz, den haben wir gerade mit nur 200 Euro Draufzahlung pro Monat, wäre das sicherlich eine gute Idee. Jetzt ist Chemnitz natürlich ein super Standort, aber 3% wäre mir trotzdem sehr viel zu wenig als Mietrendite in Chemnitz. Und da sagst du, wer dann natürlich mehr im Profibereich kommt, auch logischerweise hat dann höhere Renditen. Also logischerweise kann man mit Immobilienüberschüsse auch aufbauen. Aber das ist dann. Genau, Werbungskosten, Belege, was sollte ich denn alles, was kann ich da alles machen? Ja, am Anfang erstmal alles. Ich würde jetzt, wenn wir die Kosten bei der Vermietung durchgehen, gedanklich die Rückseite der Anlage, Vermietung und Verpachtung durchgehen, weil dort stehen die Kosten rein nach auf. Anlage V. Und wer das mithört und kann die Anlage V jetzt mal rausziehen und kann sich vielleicht dort sogar ein paar Vermerke dahinter machen. Also Anlage V, das Steuerkläger und einfach googeln, dann kann man sich das schöne Formular öffnen. Richtig, wobei ich gar nicht weiß, ob es die Formulare noch gibt, da muss man natürlich bei Elster jetzt angemeldet sein. Aber gut, jeder. Vielleicht hat der eine oder andere ja schon mal eine Anlage V ausgefüllt und die fängt ganz oben an mit Abschreibung. Abschreibung, ja. Die Abschreibung ist der Wertverzehr auf die Gebäudesubstanz. Und zwar erstmal kategorisch auf die nächsten 50 Jahre. Man sagt also, wenn ich jetzt ein Gebäude kaufe, muss ich trennen den Grund- und Bodenanteil und den Gebäudeanteil. Und den Gebäudeanteil schreibe ich mit 2% jährlich ab. Das ist dann meine Ausgabe. Hier haben wir ja schon in der letzten Folge empfohlen, ich sage es trotzdem noch schnell nochmal, man hat dort eine Einflussmöglichkeit, das zu seinen Gunsten zu ändern, indem man im Kaufvertrag den Anteil vom Gebäude und Grund- und Boden separat ausweist und den Gebäudeanteil leicht verschiebt, noch im Bereich des faktisch Möglichen. Also das kann jetzt keine, der BV sagt, das darf den reellen Wertverhältnissen nicht völlig widersprechen. Also ich nehme dann immer den Rechner her, den das Bundesfinanzministerium kostenlos zur Verfügung stellt und wenn bei mir Grund- und Bodenanteil von 20% rauskommt, ziehe ich dort nochmal ein Fünftel ab und mache Grund- und Boden 16 und Gebäude führen. Also in dem Bereich habe ich da noch keine schlechte Erfahrung, da hat das Finanzamt keine Lust sich zu streiten, aber man hat sich selber ein bisschen optimiert und auf die nächsten 50 Jahre ist das dann schon ab und zu mal Essengehen davon. Ja und also einen Satz in Kaufvertrag aufnehmen. Also eine Minute Arbeit, die Aktion. Ja und die nächsten 50 Jahre Benefit. Ja und hängt auch von der Größenordnung der Immobilie ab, ob das ein Essen oder ein Urlaub ist. Ja genau, da hast du recht. Ja gut, ist ja nicht wo du essen gehst, aber es könnte dasselbe sein. Dann haben wir bei der Abschreibung muss man definitiv das Thema Denkmalabschreibung nochmal besprechen. Das ist nämlich so ein geniales Beispiel, wo ich auch sage, wenn man bei der Vermietung keine Verluste erzielen dürfte, dann ist doch das Konzept einer Denkmalabschreibung völlig sinnlos. Das ist ja gerade gemacht, dass der Vermieter, der in ein Kulturgut investiert, sage ich mal, dass der die Chance hat, das mit anderen Einkünften zu verrechnen. Und bei der Denkmalabschreibung ist es halt so, ich schreibe das, was ich als Invest habe. Denkmalabschreibung funktioniert so, ich kaufe quasi eine Ruine mehr oder weniger und saniere diese denkmalgerecht. Ich stimme mich mit der Denkmalbehörde ab, wie die Fassade auszusehen hat, wie das Dach ausgesehen hat, die Fensterrahmen, alles Mögliche. Und dafür, weil ich das wieder so herstelle, wie es ursprünglich mal war oder sein sollte, bekomme ich eine steuerliche Belohnung. Dann muss ich nämlich diese ganzen Kosten, die ich dort investiert habe, die normalerweise auch über 50 Jahre abzuschreiben wären, kann ich auf einen verkürzten Zeitraum von 12 Jahren abschreiben. Ich habe also acht Jahre lang neun Prozent Abschreibung auf diese Sanierungsmaßnahme und dann weitere vier Jahre sieben Prozent. Ich denke, das macht was aus. Das muss man einmal überlegen. Wenn ich wirklich so eine richtige Sanierung, also ein sanierungsbedürftiges Mehrfamilienhaus zum Beispiel kaufe, das ein Denkmal ist, wo jetzt auch nicht nur irgendwie die Front, also nicht nur die Fassade irgendwie vielleicht Denkmal ist, da kommen schnell richtig krasse Beträge zusammen. Lass mal sagen, das ist wirklich runtergerockt. Ich investiere da jetzt substanziell Geld und dieses Geld leihe ich mir möglicherweise von der Bank. Das heißt, das kommt nicht aus Eigenkapital. Und hinterher darf ich aber das Geld, was ich mir geliehen habe von der Bank, sehr, sehr schnell, also über zehn Jahre ist ja 90 Prozent davon quasi abgesetzt, von der Steuer absetzen, mit meinem privaten Steuersatz, mit Spitzensteuersatz plus Soli irgendwie 45, 46 Prozent oder so was. Da kriege ich richtig Liquidität aufs eigene Konto, vom Finanzamt gesponsort, während ich den Wert dieser Immobilie drastisch erhöhe, dadurch, dass ich aus einem sanierungsbedürftigen Gebäude einfach ein wieder schönes saniertes Gebäude mache, dass ich irgendwann steuerfrei, inklusive der Wertsteigerung, verkaufen darf. Also das ist ein richtig krasser Job, um Geld zu verdienen. Und ein super Modell erst mal. Und jetzt, warum ist das auch manchmal ein Problem, wenn man es aus dem Prospekt kauft? Weil das Investment, also definitiv, also jedes Investment muss ich immer ohne Steuervorteile schon rechnen. Dann ist es ein gutes Investment. Und dort, wo man Denkmalprojekte im Prospekt kauft, wo ich auch nicht alle über Einkommen schauen möchte jetzt, aber meistens, die rechnen die Verkäufer den steuerlichen Vorteil der Kunden schon mit drauf. Und du brauchst diesen steuerlichen Vorteil, um überhaupt eine Rendite zu erzielen. Oder überhaupt da jetzt nicht, also, ja genau. Das ist schon drauf gerechnet. Und da ist immer das Problem, wenn man jetzt mal arbeitslos wird oder diesen Steuersatz gar nicht mehr hat, weil man ja Elternzeit hat oder so einfach sich mal rausnimmt, dann geht das Ganze, der ganze Business Case geht gar nicht mehr auf, weil du den steuerlichen Benefit brauchst, um das Objekt abzuzahlen. Und außerdem möchte ich ja nicht, dass bei der Denkmalimmobilie der Preis schon um meinen Steuervorteil erhöht wird. Also deswegen selbst machen, selbst Denkmalimmobilien entwickeln, du machst das auch selbst oder zusammen mit dem Co-Investor, glaube ich, ist super, super geil und bietet extreme Potenziale. Aber aus dem Prospekt, bratfertig, kauft man wieder mal am Ende eine Nahrungskette. Ja, das sind genau, da gibt es ja ganz viele Geschichten, wo dann irgendwelche Leute, die vorübergehend sehr viel Geld verdienen, sich sowas verkaufen lassen und dann hinterher die Geschichte erzählen, wie sie das in den Ruin getrieben hat. Genau in solchen Situationen Job verloren oder sowas. Also aus dem Prospekt Immobilien kaufen ist immer eine schlechte Idee. Da hat jemand anders die Rendite gemacht und bereitet es nur so hübsch auf, dass man selber jetzt ein Finanzprodukt kauft. Das ist nicht das, wovon wir reden. Und bei Denkmal ist das noch viel schlimmer, weil da noch viel mehr Dinge eigentlich andere Leute schon gemacht und für sich reserviert haben, die nicht bei uns selber ankommen. Also ich muss da ganz, ich weiß nicht warum, das muss ich jetzt einfach mal sagen, besonders betroffen davon sind Zahnärzte. Ich weiß nicht warum. Wenn du Zahnarzt bist, kaufe nichts aus dem Prospekt. Das ist so eine Berufsgruppe, die haben wahrscheinlich auch viel zu tun, viel Stress. Ich muss jetzt irgendwie Steuern sparen und nehme dann das Erstbeste. Das habe ich schon zigmal gehört und überwiegend von Zahnärzten. Weiß ich nicht warum, ob die Vertriebsleute darauf so spezialisiert sind. Ich glaube, es sind tatsächlich Vertriebsleute auch viel auf Ärzte spezialisiert, weil die hohe Einkommen haben. Das heißt, potenzielle Steuervorteile sind sehr hoch und die haben wenig Zeit. Und wahrscheinlich auch relativ wenig finanzielles Wissen. Muss man sagen, ich kenne ein paar Zahnarzt im Freundeskreis so, da hören die ja an der Uni nichts davon. Ja, natürlich. Die haben eine ganz, ganz krasse Ausbildung, verdienen sehr viel Geld, haben aber in aller Regel nicht eine einzige BWL-Vorlesung zum Beispiel gehabt. Und das ist klar. Also wenn ich da ein bisschen im eigenen Kopf krame, welche Leute ich da kenne, das ist einfach nichts, womit die sich morgens bis abends beschäftigen. Ich muss eine Lanze brechen. Meine Zahnärztin hat irgendwann gesagt, ich habe sie online gefunden. Ist ja mega, was sie da machen. Und hat sich angefangen damit zu beschäftigen. Und hat jetzt eine Denkmalimmobilie aus dem Muskeln. Nein, das weiß ich eigentlich nicht. Hast du gesagt, ich habe eine super Idee. Deshalb die Goldzähne plötzlich. Ja, genau, genau, genau. Okay, lass kurz nur Liste weiter. Wir waren noch bei Belege, Fahrtkosten, so irgendwie einfach, dass klar ist, ich kann alles absetzen, was irgendwie damit zu tun hat. Richtig. Also man kann Essen absetzen, natürlich müssen die im Umgebienkontext stattfinden, Makler, Besprechung, Kaufinteressent und so weiter. Man kann auch die Fahrtkosten absetzen, auch ganz wichtig zu Objekten, die man nicht kauft. Kann man dokumentieren. Und hier reden wir nicht nur von 30 oder 35 oder 37 Cent pro Kilometer, sondern wir reden hier von den tatsächlichen Kosten. Die ermittelt nur keiner. Man kann jetzt hergehen mit seinem Auto und sagen, was kostet mich das Auto pro Kilometer? Dazu muss ich einfach mal die Kosten aufsummieren, übers Jahr, als Steuern, Versicherung, Benzin, Werkstatt, alles rein. Und auch die Abschreibung, wenn ich es gekauft habe. Auch die Abschreibung. Ja, und wenn ich dann noch am 1.1., 31.12. mal den Kilometerstand abgelesen habe, kann ich über einen Dreisatz ziemlich leicht rausfinden, was kostet mich ein Kilometer mit dem Auto? Und der Mittelklassewagen, der ist immer so zwischen 80 Cent und 1,20 Euro. Und das macht einen Riesenunterschied, wenn ich mal von Berlin nach München fahre, wie auch immer eine Immobilie angucken, was sich dann für Zahlen in meiner Steuererklärung auftun. Und wenn ich jetzt pro, sagen wir mal, 1 Euro pro Kilometer absetzen kann, dann hat das schon einen Impact. Wir sagen immer, Belege sammeln ist jetzt noch nicht das super Ding, um Steuern zu sparen als Immobilieninvestor. Ja, wenn ich da vielleicht auch schon ein bisschen weiter bin, wir mit Leuten arbeiten ja auch viel, die einfach schon ein paar mehr Immobilien dann gekauft haben, dann gibt es ganz andere Dinge, mit denen man irgendwie machen kann. Aber ich finde das schon relativ gut, wenn du gerade einsteigst, wenn du zu vielen Immobilien vielleicht zur Besichtigung fährst, wenn auch wirklich dich, du vermietest vielleicht deine erste Immobilie, dann merkst du, oh, jetzt kostet das Inserat bei Immobilienscout oder Immobilienwelt für die Vermietung, kostet auch Geld. Ich will vielleicht noch dieses Tool oder so haben. Da kommen schon am Anfang Kosten auf dich zu, wo die Leute dann auch immer sagen, so ja, ich habe noch nicht mal angefangen, ich sehe noch nicht mal irgendwelche Mieteinkünfte oder gerade die erste vielleicht. Und dann ist es ja schön, wenn ich da auch ein bisschen was wieder zurückbekomme und Sachen habe, die da eben auf der anderen Seite stehen. Aber lass mal weitermachen, weil diese Dinge sind alle noch nicht die echten Steuern. Steuerfreier Verkauf gleich echter großer Vorteil von Immobilien. Ja. Also nach zehn Jahren. Ja. Erklär ihn mal. Ich habe halt von Notar-Termin, ab dem Tag, wo ich beim Notar sitze, eine Immobilie kaufe dort per Unterschrift, mit ganz wenigen Ausnahmen, läuft die zehn Jahre fast los. Also zehn Jahre und einen Tag später kann ich eine Immobilie steuerfrei verkaufen. Wir hatten ja das Beispiel gerade, gerade bei Immobilien, wo ich durch verschiedene Maßnahmen eine Wertsteigerung erzeuge und diese Maßnahmen auch noch steuerlich absetzbar sind. Das heißt, ich habe mit der Immobilie zehn Jahre lang keinen steuerlichen Gewinn erzielt. Ich habe immer noch schöne Verluste gemacht durch Sanierungen und so weiter. Das heißt nicht, dass ich Geld verloren habe als Cashflow, aber steuerlich habe ich Verluste gemacht. Ja. Habe ich zehn Jahre lang gemacht, habe Mordssteuern auf mein Angestellteneinkommen gespart und nach zehn Jahren verkaufe ich auch noch steuerfrei. Mit Gewinn, weil der Wert der Immobilie durch die Sanierung, die ich getätigt habe, deutlich gestiegen ist. Ja. Also korrigiere mich bitte, das ist ein einmaliges Privileg für Investments in Immobilien. Also es gibt es sonst nicht. Es gibt Abgeltungssteuern, es gibt überall irgendwelche Pauschalen oder Steuern, die ich auf jeden Gewinn, den ich mache, auf Dividenden, auf Kurssteigerung und sowas bezahle, dass ich die Wertsteigerung von Immobilien, wie groß auch immer sie ist und wie sehr ich sie auch immer beeinflusst habe, zu 100 Prozent steuerfrei behalten habe. Das ist ein Riesenprivileg. Ja, es ist aber auch, ich will das Privileg jetzt gar nicht so, also das ist toll, aber es ist auch wirtschaftlich eine ganz, ganz wichtige Sache, denn der deutsche Immobilienmarkt ist deshalb so, wächst deshalb relativ zurückhaltend noch, weil die Leute halt zehn Jahre warten müssen bis zum Verkauf, die Mehrzahl der Leute. In dem Moment, wo Immobilieneinkünfte immer besteuert werden, würde das eine ganz andere Drehzahl ergeben, wie Immobilienkäufe und Verkäufe, also dass Immobilien bei uns noch so erschwinglich sind, liegt an der zehnjährigen Veräußerungsfrist. Muss man dich da so zitieren, dass Immobilien bei uns noch so erschwinglich sind, weil das jeder so sieht. Ja, aber es ist ja tatsächlich im internationalen Vergleich, im Verhältnis zu den Einkommen, also selbst München ist günstig im Vergleich zu vielen anderen Städten. Aber wir haben Sanierungen noch angesprochen, wenn man da einen Wort dazu verlieren kann. Der Gesetzgeber ist immer bestrebt, dass also Investitionen ins Gebäude nicht sofort steuerlich abziehbar sind. Also der Gesetzgeber hat auch verschiedene Fallstricke eingebaut, wie es dann doch kommt, dass ich das nur über 50 Jahre, also über die Gebäudenutzungsdauer, abschreiben kann. Der erste Begriff, den man unterscheiden muss, und man muss alle drei umschiffen, also man darf in keine der nächsten drei Fallen tippen. Die erste Falle heißt Anschaffungskosten. Alles, was ich für den Kauf aufwende, auch die Anschaffungsnebenkosten, Grunderwerbsteuer, Notar, Makler, das kann ich nicht sofort von der Steuer absetzen. Ich muss das über den Zeitraum verteilen und darf auch nur den Teil abschreiben, der auf den Gebäudeanteil entfällt. Was auch zu den Anschaffungskosten gehört, ist von der Definition her, wenn ich eine Immobilie nutzbar mache, das heißt, wer eine leere Immobilie kauft und dort erstmal eine größere Baumaßnahme macht, der muss auch diese Baumaßnahmen über 50 Jahre abschreiben. Das ist die Falle Nummer eins, Anschaffungskosten. Die Falle Nummer zwei heißt Herstellungskosten. Wenn ich, auch wenn ich die Immobilie schon viele, viele Jahre habe, so substanziell in die Gebäudesubstanz eingreife, dass ich quasi die Immobilie wesentlich verbessere oder vergrößere durch einen Anbau, eine Dachgaube. Also wesentliche Verbesserung und Vergrößerung führen immer zu Herstellungskosten und auch die Herstellungskosten muss ich über die Gebäudeabschreibungsdauer mit zwei Prozent abschreiben. Heizung erneuern? Das ist kein Problem. Man muss in die sogenannten zentralen Ausstattungsmerkmale, das ist Fenster, Elektrosanitär und Heizung, dort muss man es so stark investieren, dass man von einer Standardhebung ausgeht, dass man also sagt, okay, das war bisher einfacher Standard, jetzt ist es mittlerer Standard, da gibt es verschiedene Definitionen und da musst du in drei von vier investieren. Also zum Beispiel Fenster, Elektrosanitär, dann ist auch egal, was die Heizung, kannst du dann weglassen. Das heißt, du musst eben nicht, wenn du nicht möchtest, dass es, du darfst nicht, wenn du nicht möchtest, dass es über 50 Jahre abgestanden wird. Genau. Also das ist, das ist ja genial, wenn ich also diese Fallen beachte. Kann es sein, ich habe mehr Geld auf dem Konto nach einer Immobiliensanierung als vorher, weil ich die Sanierung mit der Bank finanziere, vielleicht mit der KfW finanziere, das heißt, es fließt kein Geld von meinem Konto weg. Bei der Steuer kann ich aber einen Verlust gelten machen, im Idealfall in voller Höhe, in genau dem Jahr und plötzlich habe ich mehr Eigenkapital auf dem Konto und meine Immobilie aufgewertet, durch die ich sehr wahrscheinlich eine Mietsteigerung bekomme, über die ich dann den Kredit bei der Bank zurückbezahle. Ich muss zu meiner Schande gestehen, das Prinzip hatte ich als Finanzbeamter noch nicht verstanden. Ich habe Steuererklärungen vor mir liegen gehabt, da hatten Leute zig Mehrfamilienhäuser und ich dachte, wow, warum, die haben gar kein Einkommen als Finanzbeamter, ich hatte so 2000 Euro netto als Berufseinsteiger, da fühlt man sich gut, ja, und da habe ich dann das Zuversteuereinkommen, du denkst als Beamter nur in zuversteuertem Einkommen als Finanzbeamter, ja, und da dachte ich, was sind das für arme Schlucker, die haben viel weniger Einkommen als ich. Die haben so viel Arbeit und für die kein Geld. Erst als ich die Seiten gewechselt habe, ist mir klar geworden, wie das funktioniert. Da sind Leute, die haben noch nie Steuern bezahlt, weil die sich immer, also weil die immer so clever steuerlich sanieren, dass die halt diese Fallen nicht tappen, das immer voll absetzen können und das alles noch kreditfinanziert machen. Ja, jetzt haben die einen sehr hohen Cashflow, aber ein ganz niedriges steuerliches Einkommen. Ich möchte noch einmal quasi zahlen, machen wir mal irgendein Haus, das kostet 300.000 Euro, ich muss für 100.000 Euro umfangreich Sanierungsmaßnahmen machen und ich schippe an diesen Fallen vorbei. Die 100.000 Euro hole ich mir von der Bank, weil das krass wertsteigern ist. Das Haus steigt am Ende um 150.000 Euro im Wert, sage ich mal, das ist wahrscheinlich noch eher konservativ. In aller Regel ist so eine Wertsteigerung, wenn man die richtigen Sachen macht, sogar deutlich höher. Jetzt habe ich 50.000 Euro Nettovermögen geschaffen, weil ich habe 150.000 Wertsteigerung, 100.000 mehr Kredit, habe ich 50.000 Nettovermögen geschaffen. Die 100.000 Euro setze ich von der Steuer ab, kriege 46.000 Euro wegen Spitzensteuersatz plus Soli zurück. Das heißt, ich habe jetzt saniert, habe das Haus, habe wahrscheinlich sogar noch höhere Mieteinnahmen, weil das Haus in einem tolleren Zustand ist, habe das Thema gelöst, habe 96.000 Euro mehr Netto auf dem Konto, einmal als steuerfreien Verkauf zu löst, irgendwann 46.000 Euro sofort. Von dem kann ich die nächsten zwei Häuser finanzieren und das Spiel wiederholen. So funktioniert Vermögensaufbau. Haben wir konkret tatsächlich in Ludwigsburg selber gemacht mit der Heizung. War so, wir haben dann ganz knapp die 15% gerissen, deswegen konnten wir es leider nicht, aber es war kurz davor, dass wir einfach tatsächlich das Bargeld auf dem Konto gehabt hätten. Schade, umso wichtiger, das ein bisschen im Voraus zu planen und sich wirklich Gedanken zu machen, direkt beim Kauf, wir sind da so ein bisschen reingestolpert, das war quasi... Aber eine Timing-Dimension, die 15%, die du gerade erzählt hast, es gibt quasi eine Grenze. Genau, das war eine gute Überleitung zur dritten Falle. Ja, genau. Das ist die sogenannte 15%-Grenze, die ihr leider gerissen habt. Und zwar ist das so, dass ich in den ersten drei Jahren nach Kauf einer Immobilie eine Art Fenster habe in Höhe von 15% der Anschaffungskosten des Gebäudeanteils. Auch hier macht es wieder total Sinn, Gebäude und Grund und Boden voneinander zu trennen und das leicht zum Gebäude zu verschieben, weil das meine 15%-Grenze erhöht. 15% quasi netto, 17,85% brutto und nehmen wir an das Haus 300.000 Euro, was du gekauft hast. Da ist jetzt ein Drittel Grund und Bodenanteil, was ein großes Grundstück hat. Das heißt, wir haben 200.000 Euro Gebäudeanteil. Ich kann also netto 30.000 Euro investieren in den ersten drei Jahren. Und auf die 30.000 Euro, kleine Vergleichsrechnung, sparst du mit 42% dann 12.600 Euro Steuern. Investiere ich aber 30.000 und 1 Euro, muss ich es auf 50 Jahre abschreiben, diese 30.000 Euro. Gut, also heißt, wenn ich sowas vorhabe, am besten kaufe ich das Haus und habe den Plan, dass ich solche großen Sachen dann erst nach drei Jahren mache, im vierten Jahr. Das kann ich ja ganz einfach planen. Also am besten kaufe ich es nicht in dem Zustand, dass das Dach einstürzt in den nächsten 24 Monaten, sondern noch ein bisschen durchhält. Genau, genau. Das ist aber auch eine Sache, die muss man wieder im Kontext, also einer guten Steuerstrategie, plant man das ja. Und wenn ich weiß, dass ich mit dem Objekt sehr schnell eine Wertsteigerung erzeuge und sehr schnell hohe Mieten und ich sehe aber schon, dass diese Sanierungskosten so groß sind, dass ich beispielsweise die 15%-Grenze reiße, dann kaufe ich es nicht privat. Dann kaufe ich es wieder in eine Struktur, wo mir es egal ist, ob ich viel Kosten erzeuge oder nicht. Das ist genauso ein steuerlicher Aspekt, wie ich dann meine Immobilienstrategie aufbauen muss. War übrigens da wieder aus der Praxis. Da haben wir ja, das ist ja eine von unseren ersten sechs Wohnungen, die wir privat gekauft haben eben. Und da war das eine Maßnahme, die von der WEG durchgeführt wurde. Das heißt, wir hatten auch nicht unmittelbaren Einfluss auf das Timing. Das kann man aber im Vorfeld herausfinden. Deswegen Steuerstrategie. Wenn wir die 3-10-Strategie, ich würde also wirklich planen, sie nach 10 Jahren zu verkaufen und würde planen, sie nach 3 Jahren zu sanieren. Das kann ich mir beim Ankauf angucken. Funktioniert natürlich beim Haus. Kann ich alles selber entscheiden. Wenn ich nur eine Wohnung habe, wäre es gut, im Vorfeld mal zu klären, was haben die vielleicht in den nächsten 3 Jahren vor. Steuersatzgefälle. Ich muss nur lachen, weil ich schon in unserem BWL-Prof von damals denke, der hat uns auch immer irgendwas von Steuersatzgefälle schon erzählt. Gewerbesteuerliche Schachtel-Privileg. Allphasen-Nettosteuer mit Vorsteuer abzüge ich. Das war für mich einfach nur super ätzend, dass ich es lernen musste. Stefan fand es damals, glaube ich, schon ein bisschen cool auch. Ich fand es schon geil. Aber mittlerweile freue ich mich sehr, dass es diese Dinge gibt. Was ist ein Steuersatzgefälle und warum trägst du mittlerweile T-Shirts, wo das hinten draufsteht? Die Steuersatzgefälle in Deutschland sind eigentlich der Hebel, um nennenswert Steuern zu sparen. Man verschiebt Gelder, also Zahlungen, immer in die Richtung, wo man wenig Steuern zahlt. Und das führt dazu, dass ich auf der einen Seite, der, der die Ausgaben hat, der hat den hohen Steuersatz oder die Struktur hat den hohen Steuersatz, spart dann darauf beispielsweise 42 Prozent und der, der das Geld bekommt, zahlt darauf nur 25 oder 15 Prozent. Und so schaffe ich es in meinem eigenen kleinen Kosmos über das Verschieben von Geldern, meinen Steuersatz selber zu bestimmen. Das ist für mich auch immer so ein Gedanke unternehmerischer Selbstbestimmung, den ich sehr gut finde. Und speziell im privaten Bereich kann man toll Steuersatzgefälle ausnutzen. Wir haben ja schon gesagt, manchmal brauchen wir Eigenkapital, um eine Immobilie zu kaufen. Warum muss das mein Eigenkapital sein, wenn ich jetzt weiß, ich kann Zinsen absetzen? Nehmen wir an, ich nehme von meinem Ehegatten ein Darlehen auf in Höhe von kleiner Betrag, nur 20.000 Euro. Also ich will eine Immobilie für 200.000 kaufen, 10 Prozent Eigenkapital und die leiten mir meine Ehegatte, meine Ehegattin. Genau. Und ich muss da nicht mal nachweisen, dass ich gerade kein Geld habe. Es reicht da einfach aus, dass ich sage, nein, ich will das finanzieren, mein Geld will ich behalten. Wie das viele Unternehmen auch so machen. Und jetzt gibt mir der Ehegatte 20.000 Euro und sagt, okay, wir müssen einen fremdüblichen Zins ermitteln. Das verlangt das Finanzamt. Aber fremdüblich sind jetzt auch keine 4 Prozent mehr, weil ja Fremdüblichkeit immer von den Konditionen abhängt. Und die 3 oder 4 Prozent, die wir gerade auf Immobilien bekommen, die kriegt man nur, wenn man eine Immobilie als Sicherheit hingibt. Das ist aber hier gar nicht gewollt. Das ist quasi ein Darlehen ohne Sicherheiten. Das ist ein Darlehen ohne Tilgung. Das gibt mal einen Tipp ab, so an Zins. 10. Ich meine, das ist ja nichts anderes, als wenn ich zu einer Bank gehe. Geben wir mal einfach einen Kondokurrentkredit quasi. Richtig. Ich darf machen, was ich will damit. Du hast keinerlei Sicherheit und ich werde es schon irgendwann mal zurückbezahlen. 10 Prozent. 10 Prozent. So, jetzt zahle, kaufe ich das Haus oder die Immobilie für 200.000 und habe diese 20.000 Euro Fremdkapital vom Ehegatte aufgenommen als Darlehen und muss dem 2.000 Euro Zinsen zahlen. Bei mir sind die Zinsenausgaben im Rahmen der Vermietungseinkünfte. Also wieder vollen Steuersatzabzug. Beim Ehegatten, wenn es fremdüblich ist, hier sage ich gleich noch was dazu, sind das Kapitaleinkünfte, die nur mit 25 Prozent besteuern müssen. Und ich weiß, was jetzt viele dann rufen werden oder in die Kommentare, das geht doch nicht, Paragraph 32d, Absatz 1 Nummer 1a, die stehen sich nahe. Den wollte ich gerade auch anrufen. Stehen sich nahe und so. Und ich muss das ganz klar sagen, wer das noch nicht mitbekommen hat oder der Berater das noch nicht weiß, man muss sich mal mit dem Urteil vom Bundesfinanzhof vom 16. Juni 2020 beschäftigen. Dort sagt nämlich der Bundesfinanzhof eindeutig, dass bei einem Darlehen, was unter fremdüblichen Konditionen zustande gekommen ist, spielt ein Nah- oder Beherrschungsverhältnis keine Rolle. Und deshalb darf der Gesetzgeber, Eheleute, die unter fremdüblichen Konditionen in Darlehen abschließen, nicht schlechter behandeln, als fremde Dritte, die unter fremdüblichen Konditionen in Darlehen abschließen. Artikel 6 Grundgesetz, Schutz von Ehe und Familie. Und ich hoffe, dass alle das bisher gehört haben und ich auf diese Kommentare dann nicht mehr antworten muss. Du wolltest den Steuervorteil noch einmal herleiten, das heißt doch nicht, 2000 Euro, der eine kann es absetzen, der andere muss es versteuern, weil bis jetzt haben wir nur ein Darlehen. Genau, also ich zahle den Zins auf die 2000 Euro. Wir sind verheiratet, du hast mir das, ich habe dir das Geld geliehen. Genau. Du zahlst Zins. Ich zahle dir 2000 Euro Zinsen, darauf spare ich 840 Euro Steuern im Spitzensteuersatz, weil das Zinsen bei Vermietungseinkünften sind. Aber ich, ja. Regulärer Steuersatz, du bekommst die Zinsen und du bezahlst darauf maximal 25 Prozent, weil es bei dir Kapitaleinkünfte sind. Und jetzt haben wir in unserem kleinen Kosmos, einfach weil wir Geld an den Her tauschen, 17 Prozent Steuern gespart, also in Zahlen. 340 Euro. 340 Euro. Du zahlst 500 Euro, genau, ich spare 840. Genau, so. Das ist, das Geld kann man, das kostet nichts, das liegt drum, das Geld, das kann man mitnehmen. Und manchmal redet es jedes Jahr, ne? Also quasi, wir haben jetzt einfach jedes Jahr zumindest mal 340 Euro mehr. Genau, und jetzt geht es ja nicht immer nur um 20.000 Euro, da hängt schnell nochmal eine Null dran. Da reden wir über einen nennenswerten Betrag, wo Leute eigentlich Monate für arbeiten gehen müssen, oder nicht Monate. Ja, also tatsächlich, wenn wir beide jetzt sagen, wir haben hier gemeinsam ein Projekt vor, wir wollen jetzt über die nächsten Jahre einen Immobilienbestand aufbauen, das soll unsere Altersvorsorge sein, das soll unsere finanzielle Freiheit sein, und wir müssen sowieso unser Eigenkapital investieren, ne? Es ist wieder, wir kaufen dieselben Immobilien mit demselben Geld und so weiter, wir haben einfach nur das machen und irgendwann sind die Zahlen ja viel größer über so ein Projekt, du bist dann ja schnell bei so einem Gesamtprojekt von bei 100, 200, 300.000 Euro Eigenkapital in Summe mal, ne? Mit allem, was auch zurückfließt, was du wieder anlegst und so weiter, irgendwann sind das einfach tausende Euros, zigtausende Euros, jedes Jahr einfach unversteuertes, fertig versteuertes, netto mehr auf dem Konto, die wir einfach frei haben, dadurch, dass wir diese Kleinigkeit angewendet haben, ne? Wir können bei dem Beispiel bleiben, du hast jetzt die Immobilie gekauft. Ja, genau und zahl dir jetzt zehn Jahre Zinsen und nach zehn Jahren überlege ich, was könnte man denn mit der Immobilie machen? Die hat jetzt eine starke Rendite bekommen und da wäre eine erste Überlegung, die in die Vermögenswahl der Gesellschaft zu kaufen, aber man darf ja den Fehler nicht machen, die Rendite jetzt für diese Strukturentscheidung zu sehen, sondern eine Rendite nach dem Verkauf. Und da, wenn das jetzt eine A-Lage-Immobilie ist, die Wertsteigerungen hingelegt hat, bietet es sich häufiger an, die nicht in eine GmbH zu verschieben, sondern an einen Familienangehörigen, den Ehegatten zu verkaufen, weil man dann durch den sehr teuren Verkauf wieder eine Immobilie erzeugt mit einer an sich niedrigen Rendite im Verhältnis zu Abschreibung, Zinsen und so weiter. Lass uns das Beispiel machen, also die Immobilie war 200.000 Euro wert, als du sie gekauft hast. Lass uns sagen, jetzt ist sie 300.000 Euro wert. Ja, nach 10 Jahren. Ja, nach 10 Jahren. Also die verkaufe ich an den Ehegatten für 300.000 Euro. Die verkaufst du mir. Ja. Und habe dann einen Riesenvorteil, denn ab dem Moment, wo ich sie dir verkaufe, wird auch die Abschreibung auf die 300.000 gehoben, auf den dazu gründeliegenden Gebäudeanteil. Es steht uns frei, ob du ein Darlehen bei der Bank aufnimmst oder sagst, nee, wir brauchen gerade kein Geld, gib mir ein 300.000 Euro Verkäuferdarlehen. Lass uns wieder Darlehen machen, das machen wir eh schon die ganze Zeit jetzt. Okay. Nimmst du ein Darlehen, Verkäuferdarlehen oder von der Bank? Na, Verkäuferdarlehen. Ich kaufe dir die Immobilie ab, ich habe das Geld nicht, du leistest mir. Gut, dann sage ich, pass auf 300.000, lass uns die. Du kriegst aber wieder keine Sicherheit. Das ist ein Vergessen. Genau, wir machen wieder 10%. Jetzt hast du dieselben Mieteinnahmen. Also wir beide haben sie effektiv. Wir sind verheiratet. Aber das ist jetzt dein Haus. Das ist mein Haus. Mieteinnahmen. Wir haben eine höhere Abschreibung als bisher. Ja. Und wir haben neu diese 30.000 Euro Zinsen, die du mir jetzt jedes Jahr schuldest. Ah, übrigens Trick, jetzt müssen wir mal genau zuhören. Das sind jetzt nicht 30.000 Euro Darlehen, sondern Zinsen, weil du hast mir jetzt ja 300.000 Euro geliehen. Das heißt, alles, was wir vorhin genommen haben, ist jetzt 15 Mal so hoch. Vorhin waren es 20.000 Euro Zinsen, jetzt sind es 20.000 Darlehen, jetzt sind es 300.000 Euro Darlehen. Das heißt, wir haben jetzt 15 Mal 300 Euro, jetzt haben wir schon in Größenordnung 5.000 Euro mehr netto auf dem Konto zusammen, jedes Jahr einfach nur durch dieses Zinsding, was wir miteinander machen. 5.100 Euro müsste es sein. Jedes Jahr. Zusätzlich Steuersparnis. Das ist übrigens mehr als, vorhin haben wir gesagt, da kann man von Essen gehen. Spätestens jetzt sind wir in der Kategorie Urlaub angekommen für 5.000 Euro netto im Jahr. Das könnte ja eure Hochzeitsreise sein. Zum Beispiel. Wir müssen vorher schon verheiratet sein. Ja gut, zehn Jahre warten auf die Hochzeitsreise. Das Ganze ist ja nur deshalb so lukrativ, weil es auch noch Grunderwerbsteuerfrei ist. Das ist nur zwischen Ehegatten der Fall oder Verwandte in gerader Linie, Eltern, Kinder, Kinder, Großeltern. Aber es kommt noch ein Steuervorteil. Lass mal das Abschreibungsding noch auseinandernehmen. Wir haben jetzt 100.000 Euro mehr Immobilienwert mal 75% Gebäudeanteil. Also 75.000 Euro mehr Abschreibungsgrundlage für die gleiche Immobilie mal 2%, sagen wir mal. Ich bin viel schlechter im Kopf, aber 1.500 Euro. 1.500 Euro. Komm noch mal obendrauf als Steuervorteil. Ja, genau. So jetzt sind wir bei 6.500 Euro. Und das nur, weil wir beim Kauf so clever waren, nicht gemeinsam zu kaufen, sondern einer kauft, damit man die Schaukel machen kann. Und man hat sogar die Möglichkeit, jetzt ohne dass Geld fließen muss. Also verkauft ihr, sind beim Notar. Wenn ich euch jetzt noch sage, dass man sogar einen Notar sparen könnte, dann rastet ihr aus. Möchtest du einmal erklären, wo man die Details dazu im Zweifelsfall versteht? Also, wem das hier zu schnell geht, wer die beiden mal erleben möchte in ihrer noch jungen Ehe, kann das imocation.de slash steuerwebinar. Wir bieten ein paar wenige exklusive, kostenlose Live-Termine an. Du bist dort neu, wir sind auch da, aber vor allem bist du da und gehst strukturiert durch alle Themen durch, die wir hier in diesen Folgen gerade behandeln. Und da kann man das alles mal im Detail nachvollziehen. imocation.de slash steuerwebinar. Dann gibt es da Sachen, die man tatsächlich beachten muss, verschiedene Konstellationen. In dem Webinar gibt es noch die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen, machen auch Q&A und so weiter. Also, genau, das ist wahrscheinlich für jeden, der jetzt sagt, das klingt, als ob ich das mal verstehen sollte, ist das genau der richtige Ort. Und es gibt wirklich nur diese paar wenigen Live-Termine, um den Martin da mal persönlich zu erleben. Aber ich möchte jetzt noch einmal, ich möchte das Bild noch einmal etwas größer machen, was wir gerade gemacht haben. Jetzt haben wir von einer Immobilie geredet. Ich möchte noch mal auf das Beispiel kommen. Wir beide haben uns hier als Ehepaar, haben wir uns ein Projekt vorgenommen. Wir möchten finanziell frei werden, indem wir ein Immobilienvermögen mit passivem Einkommen aufbauen. Wir werden nicht ein Haus kaufen. Wir werden ein paar Mehrfamilienhäuser in dieser Größenordnung kaufen, über mehrere Jahre hinweg. Aber wir können ja mit jedem Einzelobjekt dieses Spiel spielen. Also irgendwann gibt es vielleicht drei kleine Mehrfamilienhäuser, die du hast, drei kleine Mehrfamilienhäuser, die ich habe. Das ist ein Langfristprojekt. Über 30 Jahre werden wir gewaltige Wertsteigerungen bei diesen Objekten haben, zumindest in nominalen Zahlen. Wir können uns die immer wieder hin und her schieben. Wir können dieses Spiel alle zehn Jahre mit den Immobilien jeweils wieder machen. Und das ist gar nicht zu greifen, wie viel mehr Geld und damit, was für ein Turbo durch mehr Eigenkapital und so weiter für unser gemeinsames Projekt da rauskommt, bei sowas halt richtig vorzugehen. Im Vergleich zu, wir kaufen jetzt einfach mal als Bruchteilsgemeinschaft die Sachen zusammen, stehen da 50-50 drin, wie das 98 Prozent der Menschen machen. Also ich freue mich schon auf den gemeinsamen Vermögensaufbau mit dir. Ich glaube, ihr habt schon, wo wir das letzte Mal hier... Ja, es gab schon mal eine Hochzeit zwischen uns. Wart ihr auch schon mal verheiratet? Es gab schon mal, wir heiraten natürlich. Ja, freut mich für euch. Okay, so, dann würde ich gerne jetzt eine Aufgabe stellen, Stefan, konstruiere doch mal ein Beispiel. Du ergänzt gerne natürlich Martin. Stefan ist immer sehr gut in Beispiele konstruieren, wo wir jetzt all diese Dinge, also ich würde gerne Werbungskosten drin haben, steuerfreier Verkauf, Sanierung, die ich absetze. Vielleicht ist es eine Denkmalimmobilie und ich nutze den Steuersatzgefälle. Kriegen wir es hin? Aus der Luft? Ja, 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 also tatsächlich, ich war ja gerade schon ein bisschen in die Richtung unterwegs. Lass uns mal sagen, wir haben halt... Ihr dürft auch wieder heiraten natürlich. Ja, wir haben vor, gemeinsam, wie auch immer wir uns das aufteilen, kann auch sein, der eine hat mehr Bock auf Immobilien und der andere hat mehr Bock zum Beispiel sich durch ihren E-Card zu kümmern, weil er irgendwie einen Job hat, wo sehr viel Geld im Verhältnis zur Zeitrausgabe. Aber wir beide haben vor, mit Immobilien uns die Möglichkeit aufzubauen, deutlich früher als mit Mitte 60 irgendwann aufzuhören zu arbeiten und uns auch von Ort und sowas unabhängig zu machen. Wir wollen einfach mit Immobilien was aufbauen. Und das gehen wir jetzt strategisch an. Und wir haben irgendwie einen Grundstock an Eigenkapital, den wir irgendwie aufgebaut haben. Keine Ahnung was, ich sage jetzt mal, 100, 200, 1000 Euro, wann auch immer genau, die jetzt irgendwie zur Verfügung stehen. Und tatsächlich kann man jetzt all diese Dinge relativ simpel zusammenbringen. Also jetzt du fängst an und wir suchen ein Mehrfamilienhaus. Das ist sanierungsbedürftig und das kaufst du. Denkmal. Kann ein Denkmal sein. Jetzt, ich wollte jetzt erstmal, ja, lass uns, lass uns mal, also das ist vielleicht nicht für jeden Vorstellbar, ein Denkmal zu sanieren. Aber jetzt kann man sagen, da hat man noch mehr Vorteile. Jetzt mal nur normales irgendwie erstmal. Du kaufst ein Mehrfamilienhaus. Das kaufst du mit Eigenkapital. Theoretisch gehört das uns beiden. Ich leihe dir das jetzt aber aus meinem Anteil an unserem Vermögen. Wir machen das Zinsspielchen und sparen erstmal daraus Steuern, diese 17 Prozent. Ihr fahrt in eurem dicken SUV dahin und setzt zwei Euro pro Kilometer an. Genau, das machen wir die ganze Zeit. Du kaufst, du kaufst das Haus. Nach drei Jahren sanieren wir das. Wir kümmern uns gemeinsam um alles. Wir sind auch gemeinsam in den Darlehen drin, haften da gemeinsam für die Bank. Das spielt alles keine Rolle. Du sanierst das Haus, weil du dich da irgendwie zu Hause fühlst. Wir steigern die Mieteinnahmen. Da bleiben Überschüsse über. Und theoretisch in der Praxis nach drei Jahren gehen wir aber hin und haben so viel Sanierungsaufwand, dass überhaupt nichts mehr überbleibt, sondern wir eigentlich sogar steuerliche Verluste machen. Und wir haben mehr Geld auf dem Konto, weil wir vom Finanzamt einen Teil der Sanierungskosten eigentlich zurückbekommen. Während das Geld, haben wir wieder gemeinsam clever gemacht, von der Bank kommt. Und dafür habt ihr die Mieten entsprechend erhöht? Dafür haben wir die Mieten entsprechend erhöht. Das zahlt den Kredit zurück, bleibt sogar noch mehr übrig. Genau. Und in der Summe, das Haus ist jetzt erstmal da, in der Summe sparen wir weiter. Das erste Haus hat auch schon leichte Überschüsse und so weiter. Deshalb gehe ich in Jahr zwei hin und kaufe auch ein Mehrfamilienhaus, ein kleines. Diesmal kaufe ich das, machen wir dasselbe Spiel, wir haften für alles zusammen. In Jahr drei, weil wir brauchen ja nicht, bei Weitem nicht diese 200.000 Euro für ein Haus irgendwie erstmal, um das zu kaufen. In Jahr drei gehst du wieder hin und kaufst ein kleines Mehrfamilienhaus. In Jahr vier kaufe ich eins. Und das machen wir jetzt in Summe, machen wir das sechs Jahre lang. Drei du, drei ich. Und jedes Mal gehen wir nach, jeweils im vierten Jahr hin und sanieren. Das heißt, so ab Jahr vier kaufen wir jedes Jahr ein Haus und bei einem Haus kümmern wir uns um die Sanierung. So, und in Jahr sieben Tatsächlich auch workload-technisch stemmbar, ne? Das ist so ein Haus pro Jahr. Komplett machbar. Wir haben ein Beispiel mit Daniel aus unserem Coaching-Team, der das genau so gemacht hat. Und das ist absolut machbar, neben einem Job ein Haus im Jahr zu kaufen sowieso und auch dann zu sanieren, wenn man da einmal drin ist. Im Jahr sieben kaufen wir kein neues mehr, ab dann sind wir nur noch in diesem Sanierungsmodus drin. In Jahr elf sind wir das erste Mal so weit, dass wir uns die Häuser gegenseitig verkaufen können. Das heißt, auf einmal generieren wir riesige Steuervorteile, dadurch, dass wir, dass wir uns die hin und her verkaufen, die Abschreibungsgrundlage aus dem stark gestiegenen Wert erhöhen, uns das Geld hin und her leihen zu zehn Prozent Zinsen und so weiter. Und jetzt würde ich wahrscheinlich hingehen und würde zu dem Zeitpunkt vielleicht zwei von diesen sechs Häusern nehmen, würde die nach extern verkaufen, würde ein Teil dieser Wertsteigerung wirklich von außen mitnehmen, um wirklich Eigenkapital von außen reinzuholen, sagen ganz viele Investoren, es ist ein Riesenturbo, an den ersten Objekten nicht für immer festzuhalten, sondern nochmal sich zu lösen, um einfach einen großen Batzen echtes Eigenkapital aufs Konto zu kriegen und mit dem nochmal wieder krasser das zu machen. Kann man vielleicht nochmal ein, zwei deutlich größere Häuser von kaufen. Und die anderen vier Häuser, die wollen wir gerne behalten, das sind unsere Lieblinge, die sind ein bisschen ans Herzen gewachsen, da passt für uns auch mit der Mieterstruktur alles irgendwie so und die verkaufen wir halt hin und her. Wenn wir das so durchziehen, da kommt so krass viel Vermögen raus nach 20 oder 30 Jahren und so viel mehr, als wenn wir einfach nur dieses Geld genommen und irgendwo, keine Ahnung was, in irgendein Depot gesteckt hätten oder wir hätten 50-50 einfach irgendwie... viel, viele Faktoren mehr muss ja dabei rauskommen, weil du ja dein Geld immer wieder hebelst und maximal dafür sorgst, dass du möglichst früh Eigenkapital zur Verfügung hast durch die ganzen Steuervorteile, was wieder gehebelt wird. Ja, man müsste, also nach meinem Darfell, müsste man gar nicht unbedingt einen extern verkaufen, wenn dir die Bank zu guten Konditionen das auch im Rahmen der Rehgartenschauke finanziert zum Beispiel. Du merkst, der Martin hängt an euren gemeinsamen Objekten an den ersten. Ich kann ja einfach eine Kapitalbeschaffung machen und kann quasi den gestiegenen Wert wieder rausfinanzieren, habe ich das Geld auch auf dem Konto, muss die Immobilie nicht abgeben. Die Harf Eger, so denken Millionäre, von dem Buch sind viele meiner Steuerstrategien abgeleitet, ganz prägnant war in dem Buch, dass das Millionär-Mindset geht nicht in entweder oder, sondern wie kriege ich beides. Ich will nicht nur das Geld oder nur die Immobilie, ich will beides. Also muss ich Lösungen finden, möglichst günstig in meiner eigenen Struktur, das so hin und her zu drehen, dass ich am Ende beides habe. Die Immobilien noch, aber auch neues Eigenkapital. Spielt bei euch die VV noch eine Rolle? Ja, ich habe sie jetzt bewusst, also genau, würden wir extrem renditestarke Immobilien produzieren, bei dem, was wir da tun, dann würden wir möglicherweise nach zehn Jahren die Immobilien in eine VV-GmbH übertragen. Dafür, weil wir da von Anfang an dran gedacht hätten, hätten wir von Anfang an in die richtige Struktur, also hätten wir wahrscheinlich in der GbR-Form und sowas gekauft. Und tatsächlich, das haben wir jetzt in diesem Video nicht berührt, wahrscheinlich, wenn wir beide vorhätten, irgendwie Kinder zu haben, würden wir uns auch Gedanken darüber machen, wie wir deren Steuersatz und deren Freibeträge mit ausnutzen. Weil es gibt Mittel und Wege, dass ein Teil dieser Immobilieneinkünfte und Zinsen und was auch immer auch bei unseren Kindern landet, die da überhaupt keine Steuern drauf bezahlen und stattdessen ein eigenes Vermögen aufbauen. Also ich glaube, wenn wir beide uns jetzt hinsetzen, wir sagen, das ist unsere Lebensaufgabe und wir machen wirklich mit allem Wissen, was du im Kopf hast, was man, ansonsten muss man das halt lernen und sich drauf schaffen und machen wirklich auf dem Reißblatt mal einen Plan, ist das krass, was da rauskommt am Ende. Ich würde übrigens sehr, sehr gerne mit dem Kind, was da rauskommt, dann eine weitere Folge Tax aufnehmen in 20 Jahren. Ich glaube, das ist ein ziemlich großer Steuerfan, das Kind. So, jetzt steht hier auf dem Zettel blöderweise noch Scheidung. Was passiert euch dann? Ja, das ist auch relativ einfach, weil wir haben immer abwechselnd Immobilien gekauft. Wir müssten gar nicht da was hin und her übertragen und unsere gegenseitigen Ansprüche aus irgendwelchen Darlehen, die miteinander verrechnet werden. Also toll konstruiert. Martin, ganz nur noch mal generell die Frage, also ich kaufe einfach nur Immobilien, um Steuern zu sparen, finden wir ja nicht eine gute Idee. Ich kaufe, die sollten so immer funktionieren. Kannst du das noch mal ausführen? Ja, also man kann schon jede Immobilie wie ein kleines Unternehmen betrachten, ein eigenes. Ich muss mich dort genauso um die Kundenzufriedenheit kümmern, meine Mieter, wie bei anderen Unternehmen auch. Das ist mir wichtig und deshalb muss jede Immobilie, jedes Unternehmen, muss erstmal ein sinnvoller Business Case sein. Das muss ich auch rechnen, ohne Steuersparung, das heißt als allererstes und das steht immer ganz vorne dran, ich muss gute Immobilien finden, die sich rechnen, die sich gut lohnen. Wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich, sagt Markus Bielwort immer. Und die Steuerstrategie ist nur das i-Tüpfelchen auf der guten Immobilie, die aber dann extrem Speed reinbringen kann in diesen ganzen Vermögensaufbau. Beides kombiniert wäre ideal. Genau. Und aber, wenn ich es eben strategisch angehe, also ich kann bei Immobilien mit meiner eigenen Arbeitskraft erstmal sehr, sehr krass Werte heben und aber auch beim Steuerthema gilt das, ich kann bei Immobilien eben sehr viele Dinge steuerlich gestalten. Ich habe da viele Möglichkeiten, die mir offen stehen, wenn ich sie verstehe, die mir bei vielen anderen Arten zu investieren halt überhaupt nicht offen stehen. Da kriege ich einfach halt eine Abgeltungssteuer über den Kopf gebügelt und das war es im Zweifelsfall. Also, vielen herzlichen Dank für diese Folge. Nächste Folge geht es mehr um eure Kinder ohne Erbschaftssteuer vererben. Das ist möglich, so wird die heißen und unter immocation.de slash Steuerwebinar kann man das alles ausführlich, nochmal kostenlos zusammengefasst, alles was Steuern und Immobilieninvestoren betrifft, sich anhören. Gibt ein paar exklusive Termine, die live sind, das heißt am besten jetzt gleich anmelden. Immocation.de slash Steuerwebinar Erbschaftssteuer